Ich finde Mut machen ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Es ist der Spaß, es ist die Aktion und es ist die Lust, sich selbst was zu schaffen und einen Mehrwert zu schaffen. Ich hatte einfach noch mal Lust auf etwas Neues und da hat es sich ergeben und der Verlag hat gesagt, Mensch, versuch doch mal zu formulieren, was allgemeingültiges und man anderen Leuten eine Chance geben kann und helfen kann und denen zeigen kann, wie sie durch Eigenarbeit und durch Eigeninitiative wirklich sich auch einen Wert schaffen und das hat funktioniert. Ich gehe ein bisschen negativ auf Bauträger ein, weil die natürlich den Gewinn, den ich machen möchte, sich selbst abschöpfen und ich habe ganz konkret Tipps im Buch aufgeführt, die glaube ich wirklich sehr hilfreich sind. Das sind Dinge, die finde ich in keinem anderen Finanzratgeber zum Thema Wohnungen. Ich habe nicht in keinem anderen Finanzratgeber zu placementen. Ich habe nicht in einem anderen Finanzratgeber zu treffen, wenn ich die Inhaltsparen haben kann. Ich habe nicht in einem anderen Thema, wann ich das Thema, was alle das tun, genauso Ich habe alles aus Europa genommen und es glaube ich, wenn ich das Thema, was mir in einem anderen romance. Jetzt auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020